Vor circa zweieinhalb Jahren habe ich den Entschluss getroffen, ein neues Büro anzugehen und bin auf die Elke Niemeyer zugegangen und habe gesagt, Mensch Elke, ich würde gerne ein neues Büro planen, dann machen wir es gemeinsam. Ich bin Sargon Kanon, die Pilotagentur vom Vertriebsbüro der Zukunft. Herzlich willkommen unter dem blauen Schirm. Hier empfangen wir unsere Kunden, nehmen ihre Dokumente entgegen, bieten ihnen ein Espresso oder Cappuccino an und gehen anschließend mit den Kunden in verschiedene Beratungssituationen. Eine dieser Beratungsmöglichkeiten ist unser großer Besprechungsraum, geschützt durch einen besonderen Akustikvorhang und bei Veranstaltungen einfach aufschiebbar. Die Idee war etwas Zukunftsweisendes umzusetzen, etwas Zukunftsfähiges umzusetzen, was für die Mitarbeiter gut ist, auch für die Mitarbeitervermachtung gut ist und auch eine Wohlfühl-Atmosphäre für die Kunden zu schaffen. Das ist Gott sei Dank gelungen. Die Kunden nehmen das sehr wohl an und fühlen sich wohl bei uns. Eines unserer Highlights ist die Meetingbox mit Platz für bis zu vier Personen. Sie wird sehr gerne genutzt und ist sehr beliebt für Rücksprachen, Telefonate oder auch Kundengespräche. Das ist unser kleines Beratungszimmer für Präsenz- und Onlineberatungen, außerdem für Telefonate und kurze Teammeetings. Die Idee war es, einen neuen Agenturablauf zu kreieren, nicht mehr den Kunden am Schreibtisch zu haben, sondern verschiedene Zonen zu schaffen, auf die man den Kunden eingehen kann und das Ganze auch agil zu leben, Bewegungen in die Agentur zu bringen und die Mitarbeiter geben die Rückmeldung. Zum Vertriebsbüro der Zukunft gehört auch ein eigens eingerichteter Online-Raum, wo Onlineberatungen optimiert stattfinden können. Und der Chef braucht natürlich seinen Rückzugsort und hat sein eigenes Büro behalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.